Hallo miteinander, heute gibt es auch das Dankeschön für den Göttibatzen, ein Witz, der gekünscht wurde. Der Göttibatzen ist von Marlis und Urs aus Mallesee. Ganz herzlichen lieben Dank. Und der Witz, das ist der Berner Witz vom Hosi. Ich mache zuerst ein Berner Lied. Ängel und liebe Heimat, schöner, schöner kann es fast wieder sein. Ich habe immer etwas Freude daran gehabt, dass ich da auch ein Berner bin. Ich kenne zwar, aber vielfältig nicht. So, und jetzt eben die Geschichte des Hosi von Langnow. Man hat oft gesagt, Hose von Langnow sei der längstämste Berner, der es gibt. Weil der Hosi, der redet langsam, langsam essen, langsam Auto fahren, langsam Zeitung lesen, langsam Radio hören. Alles langsam, nur trinken tut er schneller. Und ich habe noch einmal gesehen und gesagt, Hosele, bist du immer noch so langsam? Hosi sagt, ja schon, aber sie ist noch längsamer als er. Weil sie sind vor kurzem in der Nacht mit einem Kollegen in einem Wäldchen durch nach Hause gespaziert. In der Nacht mit einem Kollegen im Wäldchen. Er wollte doch etwas von ihr. In der Nacht mit dem Kollegen im Wäldchen. Und sie habe dann zu ihm gesagt, sie sei denn nicht eine dieser Sorten. Und die redet so langsam, die hätte es nicht fertig sein können. Sie waren schon eine dieser Sorten. Wann wird eure liebe Heimat? Schöner, schöner kann es halt nie sein. Sorry, alle Berner, tschau, bis morgen. Marie, so warm her Und erst wenn sie ein bisschen sch rim. Bei uns erinnern sie Paige. Vielen Dank.